Bei allen Unterschieden, eins ist gleich wie in Wien. Einer steht immer im Weg. Das ist ihre Regulierung. Auf die richtige Taktik kommt es anscheinend auch beim Liegestuhl aufstehen. Vierer zurück, der verschiebt. Das ist aber keine Vierer-Kette, was der da macht. Große taktische Herausforderung bei der Weltmeisterschaft dafür, die Amerikaner ist gegen diese hochstehenden Abwehr besser zu verteidigen. Rio de Janeiro. Danke. Man hat nichts auf mich vergessen. Cordoba lebt. Ja, die gefreien sich zurecht über den Punkt drüber. Kann man nur hoffen, dass vielleicht hier auf der Copacabana kein neuer Hans Kranke geboren wird. Oder Sonderes. Primär. Ja. 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 Ja.